Die meisten Touristen, die in die Kanton Uri kommen, bleiben eine gute halbe Stunde. Ja gut, manchmal ein bisschen länger. Das wollen wir ändern. Wir wollen nicht, dass die Leute einfach durch unseren Kanton durchfahren, sondern hierher kommen. Wie es sich gehört in der heutigen Zeit, machen wir für das einen Imagefilm. Also, es heisst den Attil nicht Imagefilm, sondern irgendeinen knackigen Titel halt. Aber was würden wir da in so einem Film drinnen? Anbieten sich natürlich die vielen Facetten, die uns in unserem Kanton machen. Z.B. auf der einen Seite das bodenständige und traditionsreiche und auf der anderen Seite das moderne, ja luxuriöse. Wer weiss, vielleicht kann man das ja sogar kombinieren. Ja, oder wir setzen einfach auf die Schönheit unserer Natur. Logischerweise mit ein paar Drohnenaufnahmen und unterleitet mit so Actionfilmmusik. Oh ja, und jetzt, wo ich den viel Schnee sehe, natürlich den Wintersport. Wir haben das grösste Zentralschweizer Skigebiet mit zig Kilometer Pisten. Und da gibt es auch noch kleinere, charmante Skigebiete, wo man den Nachwuchs auch einmal alleine fahren kann. Na ja, also, das muss ja jeder selber wissen. Ja, generell kann man im Kanton Uri altermässig so einiges unternehmen. Und das müsste man dann natürlich auch noch irgendwie cool überbringen. Aber für Leute der Sport und Natur darf man sicher zu vielseitigen kulturellen Angeboten nicht vergessen. Es gibt allerlei Veranstaltungen. Verschiedenste Feierungen, auch in vielen Ausstellungen. Historische Sachen genauso wie modernes. Bei uns werden die Fahnen geschwungen, aber auch die Tanzbeine. Ja, mit dem könnte man vielleicht auch in den Stadtmenschen für eine Kanton Uri begeistern. Wir müssten uns einfach ein wenig modern gehen und zeigen, dass wir in Sachen Start-ups schon seit über 700 Jahren dabei sind. Oder wir organisieren uns Influencer. Scheint es gäbe es ja Leute, die so ziemlich glauben. Those guys founded a company or something, it's called Eidgenossenschaft. Willst du sicherlich eins probieren? Ja gut, man kennt ja eigentlich noch viel. Und die Marketingleute versprechen einem ja sowieso immer das Blaue vom Himmel. Darum lassen sie sich nicht von Werbung blenden. Kommen sie vorbei und überzeugen sie sich selber. Ah ja, und was wir explizit sicher nicht reinnehmen, weil sie ja schon jeder kennt, sind so Sachen wie die Tiefausbrücke, die Kille von Wasser, der Villa Entell, der Weg der Schweiz, der Bernad Russi und natürlich die herzliche Urner Gastfreundschaft. Ja, komm, wir hören jetzt jetzt. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020